Test, Test, Test Johnny Test Sein Topo-Action-Rucksack ist sensationell Er hat Flammenhaare und er ist super schnell Für seine Schwestern ist er ein Versuchsgraninchen Er lebt einen Tag aus dem Leben von Johnny Test Sein Zubauber kann sprechen, er ist mutig und frei Yuki trägt ein Cappuccino und ist immer dabei Schöne Mom ist immer busy und sein Bett ist durchgeknallt Er ist wild zugemült, das ist Johnny Test Bau bloß für die Super Agency, Extremteens, Moonsies Eindringungsstab, Affenbeut, Robo-Team, Monster-Fuckin-Test So ist jeder Tag, das ist völlig normal Johnny Test So ist jeder Tag, das ist völlig normal Johnny Test So ist jeder Tag, das ist völlig normal Für... So ist jeder Tag, das ist völlig normal Für... So ist jeder Tag, das ist völlig normal Für... Johnny Test Woo! Das Neueste aus Pork Belly Die Polizei versucht immer noch die mysteriösen Untergrundbanditen zu stellen Da ist sie, die mächtigste, größte, ähm, Fliegekiste, Rakete, die mächtigste Rakete der Welt Das war aber nicht eingeplant Der Wagen ist nicht nur geländefähig, gegen den stinken ihre Nachbarn garantiert tierisch ab Für die Ergreifung dieser total ausgeflippten und bizarren Kriminellen setzt die Polizei 500 Dollar aus Zum letzten Mal, Johnny Die Untergrundbanditen sind keine Maulwurfmenschen Ich werd's beweisen, Duki Boy Ich brauch einen Maulwurfköder Und der bist du Dann schnapp ich mir die gruben Kriminellen Kassiere die fetten 500 Dollar Kauf mir 20 Videospiele Und wenn du mitspielst Ein Steak Schnappen wir uns die miesen Maulwurftypen Da krieg ich doch gleich ne mördermäßige Macho-Leder-Biker-Gute-Laune Ist das nicht die neue Kamera von deinem Dad, die du bei Strafe nicht anrühren solltest? Ja, aber wenn man's genau nimmt, dann hab ich die Kamera gar nicht wirklich angerührt Die Kamera, sie ist weg! Mein Hintern, er ist nackig Ich hab nackt Pum Was, Maulwurfmenschen? Das ist die unwissenschaftlichste These, die ich jemals gehört hab Naja, ganz unmöglich wäre das nicht Du kannst nie im Leben meine supergeniale Zwillingsschwester sein Ah, au BNS Übereinstimmung positiv Ich brauch den Schlüssel für den nuklearen Erdbohrer bevor Johnny! Wo ist meine neue Kamera? Ähm, es waren die Maulwurftypen der Diebe aus den Tiefen der Erde Subterrane Spießgesellen, rüde Piraten Die haben deine Kamera, wir haben noch versucht sie aufzuhalten, aber Und gut, alles klar, dann hol mir meine Kamera schnell zurück von diesen Maulwurfsmenschen Und zwar noch vor dem Essen Sonst gibt's keine Videospiele, keine Comics und keinen, äh, Tjuki Bis du 30 bist! Ach ja, und Essen gibt's um sechs Ich mache uns Fleischklopse Du kriegst den Schlüssel für den Erdbohrer, wenn du uns einen klitzekleinen wissenschaftlichen Gefallen tust Ihr wollt, dass ich Salz esse? Das ist kein Salz, das sind mikrophysikalische heißer Bodyflakes Sie verwandeln deinen Körper genetisch in einen maximalen Teenager-Body, dann bist du genauso attraktiv und süß wie... Ah, Gil von nebenan Also ich esse das Salz, dann helft ihr mir die Maulwurf-City zu lokalisieren und gebt mir den Erdbohrer, damit ich Daddy die Kamera zurückbringe... Hör auf rumzulabern Zu viel weibliche Wachstumshormone Was habt ihr gemacht, er, sie, es ist abscheulich Hey, ganz cool, sabbernde Fusselbirne, das ist eine Mikrodosierung, die hält nicht sehr lange Unser Sonar-Scan zeigt hier eine Luftblase, das könnte das Loch sein, das die Kamera angesaugt hat Oder Maulwurf-City Oder eine Fäkaliengrube Ha, ich bin's Leute, Bling-Bling-Boy, das jüngste und teuflischste Gehirn der ganzen Welt Was gibt's denn schon wieder, Eugene? Bling-Bling-Boy, ich habe meinen Namen in Bling-Bling-Boy geändert Und wenn du, Susan Tess, dich nicht mit mir zu einem romantischen Dinner-Farb redest... Bäh... ...wähde ich Borgbelli zerstören mit meinem neuen... Hey, nicht auf Schalzi... Was wollte ich gerade sagen? Ähm... Der Taser-Laser, der Whapper-Zapper und der Zing-Strahler, aber die benutzt du nur, wenn die Maulwurf-Menschen dich angreifen, klar? Fäkaliengrube! Es wird ne Weile dauern, bis ihr unten seid, ihr dürft auf keinen Fall Vollgas geben, sonst zerstört ihr die sensible... ...Lithosphäre Zehn Minuten später Weitere zehn Minuten später Was hast du angerichtet? Ich hab nichts damit zu tun, echt nicht! Hallo, Schätzchen! Was machen die Kinder? Johnny sucht nach meiner Kamera und die Mädchen haben den ganzen Tag noch nichts in die Luft gejagt Das ist toll! Und das Essen ist in einer halben Stunde fertig. Es gibt Fleischklopsel! Also, wir springen raus, zeigen den Maulwurf-Typen, dass wir in Frieden kommen, schnappen uns die Kamera und sind einstmöglich zum Essen zu Hause Gut, wir kommen in Frieden und wollen nur das, was deinem Dad rechtmäßig zusteht Ergebt euch, ihr miesen Maulwurf-Typen! Oder wir machen euch platt! Wow! Damit hatten wir nicht gerechnet Okay, kein Grund gleich auszuflippen, ich meine, wie gefährlich können Maulwurf-Menschen schon sein? Unsere Sicherheit ist durch Eindringlinge von der Erdoberfläche gefährdet Ich meine den Jungen und die schlabbe Schnauze da Wir müssen also unseren Angriff auf die Erdoberfläche bestreunigen Okay, jetzt können wir doch ausflippen Und mit unseren Maulwurf-Booster-Raketen können wir ein Loch in die Erde treiben Das groß genug für die gesamte Maulwurf-Armee ist Nichts und niemand kann uns doch aufhalten Wir müssen uns was einfallen lassen Okay, wir fahren mit einem Fischerboot nach Island Maulwürfe hassen Licht Und da verkaufen wir unser Lebenselixier an die Einheimischen Sollten wir nicht Johnny helfen? Ich meine, er ist doch unser Bruder Susan Test! Ich befehle dir, mit mir essen zu gehen oder du bekommst meine Rache zu spüren Hast du noch deinen teuflischen Erdkrustenkracher 9000 mit dem du immer so angibst? Oh, äh, ja, wieso? Maulwurf-Typen, nehmt euch in Acht Denn ich bin hier, um, äh, mich zu ergeben Tut mir nicht weh, ich bin so schmerzempfindlich Wann beginnen wir mit unserem Angriff auf die Erdoberfläche, Sir? Ich weiß nicht, in fünf Minuten Ich muss nochmal zum Friseur Ich muss spät so aussehen, wenn ich die Erde erobere Gibt's helles Licht? Helles Licht? Hey, da ist ja die Kamera von meinem Dad Ähm, Johnny, deine Schwestern, äh Seine Schwestern? Komm ja bloß nicht mit seinen Schwestern Die benutzen ihren Bruder immer nur als Versuchskaninchen und haben mich in einen Hundefreak verwandelt Sie haben mir gesagt, dass ich dir dieses Salz geben soll Ach ja, wie ich die beiden liebe In genau zwei Minuten beginnt Phase 1 der Maulwurfseroberung der Erdoberfläche und nichts und niemand kann uns aufhalten Das hast du schon mal gesagt Ach ja? Echt? Ja, du hast völlig recht Jetzt bist du derjenige, der uns nicht aufhalten kann Ich korrigiere Jetzt bist du wieder derjenige, den wir nicht aufhalten können Ähm, weg hier! Ich hab doch gesagt, dass mich niemand aufhalten kann Hahahaha Hab ich doch gesagt, ja genau hab ich Er hat recht, ich kann ihn aufhalten Oh nein, was für ein grauenhaftes Bild Ja, ein Bild Komm, alter Freund Ein Foto für unser Fotoalbum Oh meine Augen, tut das weh? Oh, das ist gar nicht gut Schön lächeln Aufhören Bitte erspar mir deine tödliche Blitzwaffe Ich werde auch die Erdoberfläche nicht mehr angreifen Versprochen Abendessen, ja Wir sind nie im Leben pünktlich zurück Der Bohrer ist zu langsam Wir müssen ihn nur ein bisschen aufmotzen Vergesst niemals Jeder auf der Erde hat diese tödliche Blitzlichtwaffe Blitzeballernder Erdjunge Ich fordere Revanse Ich will Rache Vielleicht schlafe ich auch noch mal drüber Johnny, wo ist meine Kamera? Hier ist die Kamera, Daddy Wir sind doch nicht zu spät Das ist Eugene Ich glaube, Susan hat ihn zum Essen eingeladen Bling Bling Boy Äh, Entschuldigung, ich bin Bling Bling Boy Sehr schön Heute gibt es leckere Fleischklopse In der Modderpampe zu landen wird dir garantiert keinen Spaß machen Ich sag's dir, du kannst nicht fliegen Kinder, versuch das nicht nachzumachen Jungs können nicht fliegen Ich bin dran Ähm, was ist mit deinen flippigen Schwestern? Ach, die warten auf Gil Wir warten dauernd auf Gil und er tut, als wären wir Luft für ihn Wir sind keine Luft Ja, ähm, nein Also ehrlich, nicht mal eine Turbo-Liebeslotion würde ihn dazu bringen, sich für euch Luftigkusse zu interessieren Liebes Kaugummi, er lässt Gils Geschmackszellen mutieren und sorgt dafür, dass er sich in uns verliebt Ähm, hat der durch deine Experimente mit den Nachbarschaftskindern nicht verboten? Ja, aber wie soll er das rauskriegen? Wird er schon nicht, aber nur wenn ihr unsere DNS so umprogrammiert, dass wir fliegen können Gebt mir fünf Mäuse und ich werde euch nicht verpfeifen Willst du uns etwa anschwärzen? Ja 100 pro Ich glaube, mit dem Anschwarzen sind wir zu weit gegangen Weiß ich selber Hi, Gil Hi, Susan Mary Es gibt da etwas, das ich euch schon lange sagen wollte Ja, Gil Ich liebe, ich liebe Also, wenn wir euch ermöglichen zu fliegen, dann müsst ihr den Gil-Affen ins Labor zurückbringen Damit wir ihn zurückverwandeln können und keinen Ärger mit Death kriegen Okay, aber fliegen können ist längst nicht mehr alles Ihr macht, dass Duki fliegen kann Aber mir gebt ihr die Macht, mich zu verwandeln und Hurricane-Hände Und ihr müsst sagen, dass ihr Popelfritzen seid Das kannst du knicken Jetzt Frau Schwerli ist die Hölle los Niemand kann diesen Mutanten-Affen-Skater-Burschen aufhalten Der Gouverneur hat Einsatztruppen geschickt, um diesen primitiven Skater-Primaten zur Strecke zu bringen Um ihn dann in ein geheimes Labor zu verfrachten, wo er schmerzhafte Experimente erdulden muss Okay, wir machen, was du willst Und? Wir sind Popelfritzen Na bitte, es geht doch Wir brauchen natürlich noch coole Kostüme Von jetzt an, meine lieben Schwester, nennt mich Johnny X Niemals! Ähm, sag mal, das wird uns doch nicht wehtun Nein, nur euch beiden Hey, ich kann fliegen Ich kann zu Orten fliegen, die noch kein Hund je zuvor gesehen hat Denk nicht mal dran Körperverwandlungspower, los! Jetzt schnappt euch Gil! Hey! Mann, diese Flugnummer ist echt der Oberhammer! Dieser mutierte Affenjunge macht unsere ganze schöne Stadt kaputt Kann ihn denn niemand aufhalten? Körperverwandlungspower und los! Hey Affenjunge, ich denke, es wird Zeit, deinen apfelhagelnden Terror endgültig zu beenden Der mutierte, sprechende Elefant versucht den Affenjungen aufzuhalten Hier steht, dass wir einen mutierten Affenjungen einfangen sollen Muss ein Tippfehler sein Ähm, das hatten wir uns aber anders gedacht Egal, ich krieg Gil, du wirst schon sehen Ich schnapp ihn mir mit meinen Hurricane-Händen Du hättest dich auch in eine Schlange verwandeln und dich rausschlängeln können Aber dann hätte ich ihn nicht geschnappt Da, der Affenjunge! Da! Wir haben den mutierten Affenjungen, wir kommen jetzt rein Weck nicht dauernd an dir rum, hol ihn zurück Aber ich brauche mehr Mutanten-Power Feurige Podex-Pups-Power? Wenn wir gegen das Militär ankommen wollen, dann müssen wir die Möglichkeit haben, sie mit links wegzublasen Ich ess kein Stück davon Aber ihr müsst zugeben, seine Treffsicherheit ist beeindruckend Aua! Ich meine... Hallo, ihr Süßen! Johnny, du siehst lächerlich aus Oh, eine Torte! Schmeckt komisch Und hier das Neueste vom Affenjungen Wir werden an dem Affenjungen ein paar außerordentlich schmerzhafte Tests durchführen Aua! Wir wollen herausfinden, wie wir die Technologie fürs Militär Oder für Reality-TV-Serien verwenden können Wir bringen ihn zu Area 51.1, ein super Geheimnis Sag doch nicht, wo wir ihn hinbringen! Schlag mich nicht, das tut weh! Ach, du meinst das hier? Au! Der kommt mir bekannt vor An wen erinnert mich nur dieser Affenjunge? An niemanden! Wir müssen los, Dad! Ciao! Was ist das für ein herber Geschmack? Okay, wessen Idee war es, ihm Äpfel zu essen zu geben? Du fliegst zu langsam! Bro, wenn's dir nicht passt, kannst du dir von mir aus gerne einen anderen fliegenden Hund nehmen! Wir haben dir den Gebäudeplan rübergeschickt Gil wird im Südostflügel festgehalten, im Block 13 Und fliegt schön tief, sonst werdet ihr vom Radar geortet Keine Sorge, wir sind sozusagen unsichtbar Da ist ein Junge in einem coolen Outfit auf einem fliegenden Hund Alarmstufer gut! Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen Wollen doch mal sehen, wie sie damit klarkommen Körperverwandlungspower, los! Komm mit, wenn du weiterleben willst und wieder zurückverwandelt werden willst Und keinen Bock auf diese schmerzhaften Experimente hast Entdeckung! Ich habe Super-Mutanten-Power Dann wären wir ja schon drei Hey, ist ja ein Ding, ihr habt auch Mutanten-Power? So sieht's aus, ein streng geheimes Projekt, das sie mit uns Erzähl ihnen nichts von dem geheimen Zeug Wir haben deine Körperverwandlungs- und Hurricane-Power in der Stadt gesehen Die ist jetzt neutralisiert Aber ihr wisst noch nichts von meiner neuesten Power Feurige Power-Pupse An dieser Technologie arbeiten wir noch Zurück! Sonst setze ich seinen Podex ein Kaputtgepupst, die wollten ja nicht auf mich hören Komm mit uns, bitte Setz dich auf meinen... Auf nach Hause, Super-Kleffer! Leg meinen Sand zu! Hast du gehört? Flieg schneller! Los! Mutanten im Visier, feuerbereit Hallo, Duki und Johnny Wir brauchen jetzt einen mächtigen Turbo-Booster Lass mal kräftig einen fahren! Over Wow, das war ein mächtiger Stinker Der Affenjunge ist unter Kontrolle Und es ist nichts an dem Gerücht, dass andere Mutanten den Affenjungen befreit hätten Oder dass wir selber Mutanten sind Oh, äh, dumm gelaufen Wo kommt denn das Zeug her? Wir müssen gehen, bis dann Gott sei Dank werden wir diesen Affenjungen nie wiedersehen Hi, Gil! Hey, Johnny! Hey, Johnny! Oh, sieh doch Johnny hat seine ganzen Bohnen aufgegessen Wir sind satt, wir müssen los Tschüss! Oh, gleich lässt er einfahren Mädchen! Oh, sieh doch, sieh doch, sieh doch!